Ja, also entweder man hat da Box drauf oder man lässt es sein, ne? Shell, siehst du mich? Alle wieder mit dem Hausraum vorstehen. Aber ich dachte eher, hier mit deiner richtigen Komistike wäre schneller unterwegs. Oh, dann mach dich weg. Das hört sich aber fein an. Was ist denn du für eine Linie, du Wurst? Ja, das ist eine Co-Pilot-Fahrt, ne? Habe ich mich doch von ihm vergagen lassen. Nein, ich mag, wie du fährst. Ich bin nämlich, wie gesagt, ganz, ganz... Ich hatte eine Zeichen an Panikattacken beim Autofahren und der Ring hat mich kuriert. Seitdem fahre ich Ring. Nur deswegen, ich bin eigentlich ein ganz, ganz furchtbarer Beifahrer. Aber ein paar TÜV, um es mal auszudrücken hier. Hast du schon eine Idee, was nach dem Golf kommt? Nee. Nee. Ja, das geht so fängst du ja auch noch. Also, viel Aero hat der nicht, ne? Nee, nee. Nee, nee. Das ist auch noch vorbei, ey. Ist auch nicht nett. Oh, Mann. Ja. Klackert ist jetzt los, oder bilde ich mir das ein? Bilde ich mir eins? Nee, ach, das ist er mit seinem Ausruf. Das war gerade so ein bisschen formiert. Ja, jetzt mit der Stufe jetzt drin. Da jetzt sind wir im Deckers. Da war ja schon angenehmer zum Fahren. Und auch mit der Füllung der Strecke. Ja, mit der Leibsinnstufe. Wäre es jetzt kein Thema. Ach, du kommst jetzt um 6 min später hoch, oder? Nein. Du bleibst in 5 min? Ja. Das ist ja wirklich schon schneller, weil bei mir ist das Ende. Ja, endlich. Oh, bringe die Taxi auf, ne? System. Da war ich jetzt zu schnell. Ich wollte zu früh aufs Gas. Ich hatte erzählt, dass das Ring-Taxi Jagdverbot hat, Renault Jagdverbot vorzusetzen. Hattest du das erzählt? Nee. Der Mark hat das Ring-Taxi überholt und das Ring-Taxi wollte hinterher und hat sich weggeschmissen. Oh. Ja. Wenn ich jetzt hier noch am 4. gewesen wäre, hätte ich Kurve raus keine Leistung gehabt. Ihr seht mich doch über uns, ne? Ihr seht mich doch. Wäre glaube ich nicht so. Ja. Ja, Gott sei Dank. Oh, gelb. Gelb, gelb. Oh. Oh, das Bröckenchen hat wieder eingeschafft. Oh, mit dem Opäde. Das ist ja was denn. Oh, guckt aber nicht. Okay. Okay. Das ist ja gar nicht so viel Stress. Oh. 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 Oh, okay. Oh. Das kippt ihr aber Spaß mit ihrer Fahne, ist klar. Ja, bei zwei Unfällen werden sie bestimmt nur gleich zu machen, oder? Du fährst sowieso mehr unter der Woche und da ist eigentlich nie so viel mit zu und auf und was nicht gesehen, oder? Ja, bei zwei Unfällen werden sie bestimmt nur gleich zu machen, oder?